Hallo, du vor dem Bildschirm. Mein Name ist Johannes und mit meiner Unterstützung wirst du in diesem Videozyklus lernen, wie die Oberfläche von zusammengesetzten Körpern berechnet werden kann. Wie schon verraten, liegt der Fokus in diesem Videozyklus auf der Oberflächenberechnung von zusammengesetzten Körpern. Dazu gehören ebenfalls das geschickte Abziehen und Verschieben von gesuchten Flächen. Dieser mathematische Trick kann die gesuchte Berechnung oft um ein Vielfaches vereinfachen. Diese Fertigkeit muss jedoch auch geübt werden, damit du keine falschen Flächen abziehst oder dazuzielst. Ebenfalls werden wir uns in den kommenden Videos mit den Unterschieden zur Volumensberechnung von zusammengesetzten Körpern beschäftigen. In der Schule wird die Oberflächen- und Volumensberechnung oft gleichzeitig gemacht. Da es hier aber Unterschiede bei den jeweiligen Berechnungen gibt, werden wir diese Unterschiede in den kommenden Videos genauer unter die Lupe nehmen. Mathematische Fertigkeiten müssen nicht nur gelernt, sondern auch eigenständig geübt werden. Bevor es für dich Sinn macht, mit der Oberflächenberechnung von zusammengesetzten Körpern loszulegen, müssen wir schauen, ob du das benötigte Vorwissen drauf hast. Du solltest die Umrechnung von Maßeinheiten können. Versuche jetzt, 836 Quadratzentimeter in Quadratmeter umzurechnen. Sehr gut, 836 Quadratzentimeter sind genau 0,0836 Quadratmeter. Ebenso solltest du schon die Flächen-Inhaltsberechnung von rechtwinkeligen Dreiecken, Kreisen, Rechtecken oder Trapezen und die Oberflächenberechnung von Körpern wie Kugeln, Quadern, Kegeln und Zylindern können. Falls du dich bei den angesprochenen Themen noch nicht so sicher fühlst, kannst du jetzt rechts oben auf den entsprechenden Link klicken, um dich mit dem benötigten Vorwissen noch einmal intensiver zu beschäftigen. Aber jetzt mal ehrlich, wozu braucht man die Oberflächenberechnung von zusammengesetzten Körpern im Alltag eigentlich? Dafür möchte ich dir von einem Beispiel von mir erzählen. Letzten Sommer habe ich für meinen Hund Bello eine neue Hundehütte aus Holz gebaut. Damit das Holzhäuschen länger hält und meinem Hund Bello besser gefällt, habe ich es mit Holzfarbe angemalt. Das Problem war jedoch, dass die Menge bei Holzfarben in Quadratmetern angegeben wird. Das heißt, auf dem Farbeimer steht drauf, wie viele Quadratmeter Holz man damit bestreichen kann. Um die richtige Menge an Farbe kaufen zu können, musste ich mir also die zu bestreichende Fläche der Hundehütte berechnen. Schauen wir uns gemeinsam an, wie das bei der Hundehütte funktionieren kann. Die grünen, rechteckigen Seitenwände der Hundehütte sind gleich groß. Daher kann man sich den Flächeninhalt eines solchen grünen Rechtecks berechnen und diesen mit zwei multiplizieren. Dann hat man schon mal die Flächen der grünen Seitenwände berechnet. Das war aber noch nicht alles. Vorne und hinten hat die Hundehütte ebenfalls Seitenwände. Um diese zur gesamten Oberfläche dazu zu zählen, kann so wie vorhin der Flächeninhalt eines blauen Rechtecks mit zwei multipliziert werden und das Produkt zu den vorherigen Teilflächen dazugezählt werden. Die kleine Hundetüre, die später aus der vorderen Seitenwand ausgeschnitten wird, spielt bei den jetzigen Überlegungen noch keine Rolle. So, welche Flächen fehlen uns noch? Richtig, die rot eingezeichneten rechteckigen Dachflächen. Auch die müssen zur gesamten Oberfläche dazugezählt werden. Kannst du langsam ein System erkennen? Sehr gut! Jetzt brauchen wir noch zweimal die gelb eingezeichneten Dreiecksflächen und schon können wir die gesamte Oberfläche der Hundehütte berechnen. Mit dieser jetzt berechneten Fläche konnte ich mir die richtige Menge an Farbe im Baumarkt kaufen. Das Grundprinzip der Oberflächenberechnung von zusammengesetzten Körpern sollte dir mit diesem Beispiel schon klarer geworden sein. Zunächst teilt man die gesamte Oberfläche in Teilflächen auf, die relativ einfach mit bekannten Formeln berechnet werden können. Im Anschluss zählt man die Größe der einzelnen Teilflächen zusammen und erhält die gesamte Oberfläche. Wie wir gleich im Anschluss beim Quiz sehen werden, kommt es bei der Oberfläche aber auch darauf an, wie die einzelnen Teilkörper zusammengesetzt sind. So, jetzt bist du dran. Entscheide, ob die beiden zusammengesetzten Körper dieselbe Oberfläche besitzen oder nicht. Stoppe dazu beim Sandür-Symbol das Video und überlege selbstständig. Ja, da die Teilflächen der beiden zusammengesetzten Körper ident sind, haben auch beide Körper dieselbe Oberfläche. Jetzt geht's in die zweite Runde. Entscheide abermals, ob die beiden zusammengesetzten Körper dieselbe Oberfläche besitzen oder nicht. Stoppe dazu beim Sanduhr-Symbol das Video und überlege selbstständig. Nein, der linke Körper hat eine größere Oberfläche als der rechte Körper. Aber warum? Beide Körper sind aus einem Quader und einem dreiseitigen Prisma zusammengesetzt. Da die rot markierten Rechtecksflächen, bei denen die Körper zusammengesetzt sind, unterschiedlich groß sind, hat der linke Körper eine größere Oberfläche als der rechte Körper. Einmal geht's noch. Entscheide abermals, ob die Oberfläche der beiden zusammengesetzten Körper gleich groß ist oder nicht. Ja, beide Oberflächen sind gleich groß. So, für dieses Video war's das auch schon. Ich hoffe, du konntest was lernen und wir sehen uns beim nächsten Video bei der konkreten Berechnung von Oberflächen wieder. Danke fürs Mitmachen und bis bald!